Floh im Ohr, 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 yeah. Ein flohstarkes Hallo. Ja, mein Lied Geisterjagt, dazu gibt es schon auf meinem Kanal ein buntes Video, aber heute möchte ich euch einfach mal zeigen, dass es auch ein tolles Mitmachlied ist, denn schließlich werden in diesem Lied die Geister mit Trommelklängen verjagt. Und ja, ich habe mir da so ein paar Bewegungen zu ausgedacht. Ihr braucht natürlich eine Trommel, falls ihr aber keine Trommel habt, weil ihr zum Beispiel auch in der Klasse das mit allen Kids macht oder im Morgenkreis, dann könnt ihr euch auch dazu hinstellen und es wird dann auf den Schenkeln getrommelt. Also das geht auch. Ich mache es natürlich jetzt hier am Boden mit meiner Bodentrommel und los geht's! Geister spuken hier im Haus, doch wir machen uns nichts draus, wir jagen sie mit Trommelklang und hui 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 macht der Gesang. Wir machen Bum, hui, bum, hui, bum, hui, bum und drehen uns dann plötzlich um. Wir rufen a, e, i, o, u, 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 u. Lasst uns endlich mal in Ruh! Vollmond ist es in der Nacht, alle Geister sind erwacht. Wir haben aber keine Angst, der Gruselbeat verjagt sie dann. Wir machen Bum, Ui, Bum, Ui, Bum, Ui, Bum und drehen uns dann plötzlich um. Wir rufen A, E, I, O, U, U, Ui, lasst uns endlich mal in Ruhe. Mitternacht, die Uhr schlägt zwölf, schaurig heulen alle Wölf. Geister treffen sich zum Ball, doch wir finden sie überall. Wir machen Bum, Ui, Bum, Ui, Bum, Ui, Bum und drehen uns dann plötzlich um. Wir rufen A, E, I, O, U, 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 lasst uns endlich mal in Ruhe. Wir machen Bum, Ui, Bum, Ui, Bum, Ui, Bum und drehen uns dann plötzlich um. Wir rufen A, E, I, O, U, U, lasst uns endlich mal in Ruhe. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal im Flohshop vorbei, denn da gibt es mein Album, die Flohstacken Hits für Kita-Kids und da ist die Geisterjagd mit drauf. Und im Flohshop findet ihr sogar das Lied als MP3-Download. Aber natürlich könnt ihr das Lied auch überall, alle gängigen Download- und Streaming-Plattformen natürlich auch anhören und auf eure Grusel-Playlist packen. Ja, unten in der Beschreibung findet ihr sogar noch den Link für das andere Video zur Geisterjagd. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch eine gruselige Halloween-Zeit. Und ja, ein Floh im Ohrlaut überall, auch in der Halloween-Zeit. Tschüss! Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut Floh-stark. Und besuche unbedingt unsere Website www.flohimohr.tv. Wir freuen uns auf dich!